Kennst ihr diese feurigen Höllenfeuer-Chips? Ich hab davon das drei Stück gegessen, ja? Oh, Chili Pepper. Ich sag die ganze Zeit, Jace, nein, du probierst die nicht. Und er sagt die ganze Zeit, oh, Papa, ich zeig dir, dass die nicht scharf sind. Bist du bereit? Ja. Ich kann dir das nicht geben. Was ist los? Oh, oh. Und jetzt reinbeißen, los, richtig reinbeißen. Beiß rein. Oh, das Ding ist ja davon schon voll scharf. Los, rein in die Olga. Und rein, rein, beiß. Oha, ich hab gerade was gemisst. Oh. Was sagst du? Scharf. Ich sag dir, wie es ist. Es ist ultimativ scharf. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber er will nochmal. Brennt. Übern Wochen.